So, das hätten wir vorher noch ein bisschen üben sollen, ne? Das kann auch jemand mitmachen, der gerade nicht getanzt hat. Ein Gewaltig, kein Joy, das ist das Game. Und wir haben weiter keinen Sinn, nur zur Dekoration. Wenn man das geschenkt bekommt, dann wird man es eigentlich weg oder stellt so irgendwo in eine Ecke, sondern mehr Sinn hat es eigentlich. Das sind große Kerzen, diese gelten hier. Und hinten, der aufgezeichnete Baum ist, ist ein Body Bar. Und da so einfach mal die Erleuchtung bekommen. Und da so einfach mal die Erleuchtung bekommen. Und da so einfach mal die Erleuchtung bekommen. Und da so einfach mal die Möceküste. Da so einfach mal die Erleuchtung.